Auf Free Fire Games gibt es sehr viele Methoden um reich zu werden und Ankaufsbots sind eine der beliebtesten Methoden. Und in diesem Video werde ich dir den besten Ankaufsbot meiner Meinung nach auf Free Fire Games zeigen und auch zeigen wie ihr mit dem Bot Geld verdienen könnt. Für den Bot müssen wir auf City Build 6 gehen und ich habe den schon in ein paar Videos vorgestellt. Zum Beispiel in den 5 Ankaufsbots Video auf Free Fire Games, das ihr hier oben rechts verlinkt seht. Aber wir gehen jetzt nochmal zu diesem Bot, den ich dir mal extra vorstellen wollte und das jetzt auch gerade mache. Wir gehen auf City Build 6 zu Slash PH FTV oder FTV unter Strich Bot oder halt einfach nur FTV, da könnt ihr dann hingehen. Hier sind wir, der hat mittlerweile auch Verkauf, also ihr könnt nicht nur Sachen verkaufen, sondern auch Sachen kaufen. Aber wir wollen ja hier Geld verdienen, also kaufen wir was. Ankauf hier rechts, Verkauf hier links. Wir haben hier schon einen Teleporter, also der wurde komplett umgebaut letztens. Alles auf der rechten Seite ist Ankauf, oben die komprimierten Items Ankauf und hier haben wir links ist Verkauf. Also wir gehen jetzt mal kurz zum Verkauf, der hat mir hier Admin Items, die ihr kaufen könnt. Falls ihr interessiert seid, hier andere Items, hier noch die Items, die sind noch nicht ganz fertig gemacht. Aber für den Ankauf, oder was ist hier noch? Ah genau, hier ist das. Und ja, für den Verkauf, äh für den Ankauf müssen wir hier hin auf die rechte Seite. Es ist mein Lieblings Ankaufspot auf Free Fire Games, das ist einfach so und mein Lieblingsspot generell. Deswegen wollte ich den einfach nochmal vorstellen. Wir haben hier ganz viele Farben, also Farbstoff, hier haben wir gefärbtes Glas und normales Glas. Dann haben wir die Wolle und hier noch die Keramik ist das glaube ich. Dann haben wir natürlich noch was, was sehr interessant ist, sind nicht die Ärzte, also Ärzte könnt ihr zwar auch verkaufen, finde ich auch bei Cobblesporn und Cobblesporn habe ich auch in der Playlist hier oben rechts gezeigt. Und hier haben wir auch nochmal Holz. So, hier geht es dann weiter und zwar haben wir dann Knochen, die kann man sehr gut farben. Geht einfach zu Slash PH Skelett auf CB7. Ja, was sehr, 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 sehr geil ist. Hier zum einen die Rahmen. Ja gut, dann haben wir noch andere Sachen hier, Steine und Sand und so weiter. Die Reihe ist für mich am interessantesten und für euch eigentlich auch. Wie ihr mit Ton Geld verdienen könnt, wie ihr mit Büchern Geld verdienen könnt. Die kauft ihr leider gerade nicht an. Aber auch, wie ihr mit Grasblöcken Geld verdienen könnt. Habe ich alles in der Playlist hier oben rechts gezeigt. Wie viel Geld verdient, da wird auch in der Zukunft ein, also in ein paar Wochen oder demnächst, ich weiß gar nicht genau, wird ein Money Guide kommen, also wie ihr im Jahr 2022 gut Geld verdienen könnt. Ja, das haben wir hier, die Reihe. Und die beste Reihe, die ich euch empfehlen kann, ist die hier. Hier haben wir alles mögliche. Mop Drops, Enderperlenfarmer habe ich auch schon mal hier oben rechts vorgestellt. Ja, Bücher, ne, aber Bücherregale hier. Also Bücher sind ausverkauft, aber Bücherregale kann man verkaufen. Die Lampe oben ist immer aus. Und deswegen kauft ihr es nicht an. Wenn die an ist, dann kauft ihr es an. Ja, genau, Mop Drops lohnt sich unnormal. Also Schleimbälle und Enderperlen solltet ihr verkaufen, wenn das noch möglich ist, wenn ihr das Video hier guckt. Und auch Grasblöcke, habe ich ja auch schon mal vorgestellt, wie ihr damit Geld verdienen könnt. Die lohnt sich auch unnormal. Da haben wir ja schon 27.000 Dollar in einer Stunde einfach mal so gemacht. Ja, Admin-Items müsst ihr selber wissen. Dann gucken wir nochmal beim komprimierten, also bei den komprimierten Items. Gehen wir mal hier hoch. Natürlich Erze komprimiert. Hier ist noch nicht alles gemacht, aber je nachdem wann ihr das Video guckt, das ist nämlich noch sehr aktuell die ganze Zeit. Wahrscheinlich das ganze Jahr lang noch und noch länger. Und der Bot muss kurz neu gestartet werden. Auf jeden Fall könnt ihr hier noch die Items verkaufen, die komprimiert sind. Ja, der wird ständig erweitert. Und was auch sehr geil ist bei dem Bot, ich glaube das war so der erste Bot, der das hatte. Wenn wir jetzt hier in die Kammer gucken, müsst ihr für den Ankauf eigentlich nur diesen Knopf drücken. Oder halt, ich kann es nicht sehen, Hechtag, genau, oder Hechtag Ankauf schreiben. Oder einfach auf den Knopf drücken. So einfach geht es. Auf jeden Fall ist das der Bot. Und ihr könnt hier wirklich reich werden damit. Also ich habe hier durch auch ganz viel Geld verdient. Grüße genommen mal raus an Paths11.tv, wenn du das hier siehst. Also wirklich geiler, das ist wirklich ein geiler Bot, finde ich. Was ist denn eure Meinung zu diesem Bot? Kennt ihr einen besseren Bot? Also einen besseren Ankauf-Bot? Dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und schreibt mir auch gerne in die Kommentare, wie ihr diesen Bot findet. Ja, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Bis zum nächsten Mal.